Oben aufs Podest und in der Sädengruppe, geladene Motoren, Gruppe 1, den zweiten Platz mit einer Bestzeit von 1.20.93, der Thomas Lindemann. So, nochmal Applaus für den zwei. Vielen Dank. So, nochmal Foto. So, bitte. Ihr müsst noch stehen bleiben, ihr zwei. Wir sind noch nicht fertig. So, jetzt ist noch nicht fertig. So, nochmal einen Applaus für zwei. So, dann dürft ihr langsam nach unten, jawohl.